Wow, schön zum Fotografieren. Da sehe ich ein bisschen Wieselburg. Ja. Was haben wir mit dir? Äh... Bist du wie hoch gesichst, oder? Ja. Nein, ich sehe von mir daheim ein bisschen Ötchen, wo ich raus schaue beim PNSD. Der nächste Bedarf ist auf Enthalt. Sache. Ja, kann ich das aber nicht so. Warum? Weil mich das eigentlich mal interessiert. Aber die anderen vergessen vielleicht. Ich meine Güte, die wissen ja selber, was sie am Prinzip damit sind. Naja, wenn zum Beispiel welche Dosen die nicht jeden Tag dürfen, die Touristen oder sowas, die wissen das nicht. Ich freue mich schon, weil ich daheim bin, was man sucht. Warum? Ja. 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 Und das letzte Mal wo ich aufs Klo war, das war vorgestern. Vorgestern? Ja, ja. 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 Das ist mehr in Städten da. Das war einmal eine Bedarfshaltestelle. Und wir haben es auflassen. Und in Mühling zum Beispiel, bei der Haltestelle Mühling, da war der Bahnsteig früher auf der rechten Seite. Und nach dem Bahnübergang, nicht wie ich jetzt auf der linken Seite fahre, über den Bahnübergang. Du hast ja gesehen, der Haltestelle ist sogar noch. Den kann doch einmal zeigen, wenn du es willst. Ja. 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 Ich glaube es steckt. Ich glaube es steckt. Ja. Ich glaube es steckt bei. Was so blöd ist, dass es vorgestern war mit dem, mit bei der Libyen Club, wie es brennt hat. Um welche Uhr zu waren? Das war das in der Nacht irgendwann. Das war meine Ursache. Und das war gesichtlich auch klar. Und weißt du was da so arg ist, dass das in der See das war? Ja, da hatte ich ja einen City-Shuttle gehabt. Aber auf welcher Strecke war das? Das ist die Mareka Ostbahn? Das war da wie ein Hauptbahnhof, ein Heck, oder? Das ist die Mareka Ostbahn? Ja, da war das. Und weißt du was so arg war? Das war der Lassé, gell? Ja. Und weißt du was daraus arg ist? Was denn? Dass ich auf dieser Strecke am Sonntag unterwegs war. Und am Sonntag war das? Ja. Und ich war am Sonntag unterwegs bei der Mareka Ostbahn. Ja, aber nicht um 12 Uhr Zeit. Nein. Ich bin da am 11.51, wenn ich von Wien Hauptbahnhof fahre. Mit dem bin ich am 18. Dezember von Wien Hauptbahnhof nach Wiener Stetten gefahren. War es am 13.51? Nein, am 11.51. Ach so. Weißt du welchen hinterher gehabt habe? Echt? 15.47. 15.47. 048. Aber ich bin zurückgefahren am 15.50. 15.47. 051. Wie das kostet euch auch schon. Du sagst immer, am 15.47. 030 ist ein Gremser, gell? Stimmt. Nein, der ist ein Wiener Neustädter. Sonst hat er nicht mehr in Wiener Neustadt gefahren. Ja, ich sehe. Ich war der Umstadt, sondern der war auch Gremser. 50.47.025, der war 2015 oft in Wiener Neustadt. War das nicht 25? Ja, der ist oft zwischen Wien Hauptbahnhof und Draffdorf gefahren. Und warum haben sie dann nicht gleich noch Wiener Neustadt gefahren? Weil ich wahrscheinlich irgendein Wiener Neustädter in Grems war. Ich glaube, das eine Mal war 50.47.025 in Wiener Neustadt, weil 50.47.033 in Grems war. Das ist meine Fotostelle. Da gleich da jetzt. Mit 033 bin ich schon ein paar Mal gefahren. Mit 033? Ja. Ich bin nicht. Ich bin am meisten... Weißt, ich bin einmal auf der Pristingtöber und einmal auf der inneren Hausbahn gefahren. Wenn eine Neustadt nach Draskirchen. So. Ich glaube, wir sitzen. Ich glaube, wir sitzen wie so... Also wie so... Also wie so... 25? Ja. So wie immer halt. Ich muss jetzt noch eine kleine Nummer fotografieren. Was? Wie lange? Ja. Ich muss eigentlich einen, den zu sehen. Wie lange? Ich habe es noch fast zehn. Ich muss mich noch finanziell, weil der Prost braucht ja länger, denn der Tische... Na ja, da muss ich auch öfter stehenbleiben. Stehenbleiben? Nein, da war die Wälder bei mir, weil ich nicht vor... Was? Und wenn ich mal überwältet werde, werde ich nicht vor. Aber wann bei mir vor, du musst stehenbleiben, oder? Ja. Ich habe meine Lieblingsspieze, wenn ich da war, und die Tür schliessig, oder... ...und habe ich mich vor. Hm, das ist nicht so gut. Wieso? Ich schließe natürlich nicht auf. Bis zum nächsten Mal.